Ich glaube, letzte Woche. Gestern. iPhone. Erstmal stopfen und dann wegwerfen. Nicht nur heimlich, sondern schon mal ziemlich lautstark. Was bleibt dann übrig, wenn man das Weinfest eröffnet auf dem Essentag? In meinem Urlaub im Sommer, da bin ich nämlich Fahrrad gefahren an der Loire. Da kann man ja nicht gleichzeitig mit dem Handy spielen. Aber abends habe ich dann schon wieder nachgeguckt, ob irgendwas eingegangen ist.